Hallo und Servus, wir sind gerade am Camping Adria und für uns gefällt es hier gut. Wir haben davor kein Video gefunden, das muss man ändern, deswegen haben wir jetzt eins gemacht und damit jetzt viel Spaß. Der Check-In ist leider etwas klein, oft staut er sich hier weit auf die Straße hinaus. Die Stellplätze mit Privatsanitär sind ausreichend groß, wir hatten jede Menge Platz mit unserem Vorzelt und auch noch die ganzen Kinderspielsachen davor zu platzieren. Bei den Stellplätzen mit Privatsanitär ist alles vorhanden, was man benötigt, diese sind auch noch alle recht neu. Am Campingplatz gibt es verschiedene Arten von Mobile Homes, es gibt Zelte bis hin zu luxuriösen Mobile Homes, die einen eigenen Whirlpool im Außenbereich haben. Die Waschhäuser waren zu jeder Tageszeit sauber und ordentlich und man findet alles, was man benötigt. Der Weg zum Strand ist durch eine kleine Straße getrennt, bei dem aber nicht viele Autos fahren. Von unserem Darts waren es ca. 600 Meter, der Strand ist mit einer Beachbar ausgestattet und die Preise sind wirklich komplett human, wenn man sich hier etwas kaufen möchte. Der Spielplatz wurde von unseren Kleinen getestet und für gut befunden. Hier ist alles, was das Kinderherz benötigt. Bei dem Spielplatz gibt es auch Sportgeräte für die Erwachsenen und ein Tennisplatz. Dieser ist kostenlos, aber dadurch kaum zu reservieren. Der Campingplatz hat auch einen Poolbereich. Hier sind drei Rutschen für die Kinder, auch diese sind noch recht neu und jede Menge andere Sachen, um sich dort die Zeit zu vertreiben. Es gibt noch einen kleinen Pool zum Schwimmen, allerdings ist hier Badekappenpflicht. Das Animationsprogramm ist täglich wechselnd, so gibt es für Groß- und Klein etwas, vom Zumba bis hin zum Minidesk. Zu der Zeit, als wir am Campingplatz waren, gab es auch noch Drifting. Hier konnte man für 5 Euro eine Runde mitfahren. Am Campingplatz gibt es noch einen Arzt, ein Bankautomat und auch noch einen kleinen Minishop, der wirklich alles hat, was man benötigt. Unser Fazit ist, wir würden den Campingplatz weiterentfehlen.